Diesmal, ihr Lieben, erzähle ich euch ein Märchen, das ich selbst gar nicht mal so gut kannte. Irgendwoher hatte ich mal was davon gehört, aber ich musste erstmal nachschauen und mich schlau machen. Und es geht auch um schlaue Tiere. Ihr kennt dieses Märchen längst schon, weil das gibt es als Film, als Zeichentrick, als Bücher, als Hörspiele. Und es ist das Märchen von den drei kleinen Schweinen. Und das geht so. Es war einmal eine Schweinemutter, die hatte drei kleine Schweinchen. Und die aßen und aßen und aßen. Man könnte fast sagen, sie fraßen. Bei Tieren darf man das sagen, bei Schweinchen ist recht, dass es nur so eine Wonne war. Aber die wurden natürlich immer größer und dicker. Und ach, irgendwann waren sie dann so groß, dass sie gar nicht mehr in das kleine Haus, in dem sie mit ihrer Mutter gewohnt hatten oder wohnten, noch reinpassten. Naja gut, es war auch eigentlich nur ein kleiner Stall. Also alles, das wirklich eng wurde, sagte die Mutter, das wird mir alles zu eng hier und euch auch. Aber ich habe eine Idee. Jedes von euch Schweinchen muss ein Haus für sich selber haben. Und sie schickte sie in die weite Welt hinaus. Und zum Abschied gab sie den dreien neben einem Kuss auch noch einen guten Rat mit auf den Weg. Passt bloß auf, dass ihr nicht wieder Ärger mit Wolfi bekommt. Dem Wolfi, ihr wisst schon, dass dieser freche Wolf, der sich seit einiger Zeit bei uns rumtreibt, der macht nichts als Ärger und hat nur Blödsinn im Kopf. Naja, die Schweinchen sagten, machen wir, wir passen schon auf. Das erste Schweinchen begegnete nach einer Weile einem Mann, der hatte einen großen Bund Stroh bei sich. Das Schweinchen sprach den Mann an und sagte zu ihm, Bitte, lieber Mann, gib mir doch das Stroh. Ich will mir ein Haus daraus bauen und mit deinem tollen Stroh kann ich das wohl machen. Ich weiß auch schon wie. Der Strohmann überlegte kurz und sagte dann, geht in Ordnung. Du kannst mein Stroh bekommen, aber gib mir erst ein paar von deinen Borsken. Ich will mir nämlich eine Bürste daraus machen. Das Schweinchen war einverstanden und gab dem Mann ein paar von seinen Schweineborsten. Es hatte ja eine Menge davon. Und es wusste, die Borsten würden ja auch nachwachsen. Dafür gab der Mann ihm dann das Stroh und half ihm sogar, das Haus aufzubauen. Es wurde ein schönes Strohhaus. Vorne hatte es eine große Tür und ganz groß und hinten noch eine ganz kleine Tür. Da schaute sich das Schweinchen sein fertiges Strohhaus an und sang, Ich hab ein schönes Haus von Stroh, ich bin so sicher und so froh. Und kommt der freche Woll vorbei, dann lache ich, hi, hi, hi. Das zweite Schweinchen begegnete einem Mann mit einem Bund Holz. Er sagte zu dem Mann, bitte, lieber Mann, gib mir das Holz. Ich brauche ein eigenes Haus, weil es bei Mutti im Stall so eng wurde. Und mit dem tollen Holz kann ich mir so ein eigenes Haus, man könnte auch sagen, ein richtiges Eigenheim, daraus bauen. Der Mann überlegte nicht lange. Kein Problem, sagte er, ich will das Holz sowieso loswerden, Aber gib mir erst ein paar von deinen Bürsten. Warum nun? Klar, er wollte sich eine Bürste aus echten Schweinebürsten machen. Das gibt nämlich die besten Bürsten. Aus Schweinebürsten kann man prima Bürsten machen. Natürlich gab ihm das Schweinchen reichlich von seinen Bürsten. Dafür bekam es das schöne Holz. Und der Mann half ihm sogar, das Haus aufzubauen. Es wurde ein wirklich uriges Holzhaus. Und da hatte das Haus, ihr ahnt es bestimmt schon, nach vorne eine große Tür und hinten eine kleine Tür. Oh, das Schweinchen sah sich sein Holzhaus an und singt, Ich hab ein schönes Haus von Holz, Ich bin so sicher und so stolz. Und kommt der freche Wolf vorbei, Dann lache ich, hi, hi, hi. Das dritte Schweinchen begegnete einem Mann, Der zog einen Karren voller Ziegelsteine. Er sagte zu ihm, Bitte lieber Mann, gib mir doch von deinen Ziegelsteinen, Ich will mir ein Haus daraus bauen. Der Mann aber sagte, Erst gibst du mir aber ein paar von deinen Bürsten, Ich will mir nämlich eine Bürste daraus machen. Der auch. Das Schweinchen gab ihm so viel Borsten, wie er haben wollte. Der Mann gab ihm dafür die Ziegelsteine Und half gleich mit, das Haus aufzubauen. Wundert euch nicht auch, Das Steinhaus hatte vorne eine große Tür Und hinten eine kleine Tür. Da schaute sich das Schweinchen sein fertiges Ziegelhaus an, Tanzte und sang, Ich hab ein schönes Haus von Stein, Es ist so sicher und so fein, Und kommt der freche Wolf vorbei, Dann lache ich, hi, hi, hi. So lebte nun jedes Schweinchen in seinem eigenen kleinen Haus, Und jedes war glücklich und zufrieden. Aber es kam, wie es kommen musste. Es dauerte gar nicht lange, höchstens ein paar Wochen. Da kam der Wolf aus dem Wald heraus, Heulte nach Wolfsart ein fröhliches Liedchen vor sich hin, Klopfte an die große Tür des kleinen Strohhauses Und rief, liebes gutes Schweinchen, Lass mich doch zu dir herein. Das Schweinchen aber antwortete, Bin ganz allein, bin ganz allein, Ich lass dich nicht ins Haus herein. Da rief der Wolf, Ich werde strampeln und strampeln, Ich werde husten und prusten Und dir dein Haus zusammenpusten. Und der Wolf strampelte und trampelte, Er hustete und prustete und pustete doch tatsächlich, Das ganze Strohhaus zusammen. Aber das kleine Schweinchen war gar nicht mehr da. Es war hinten durch die kleine Tür zum zweiten Schweinchen In dessen Holzhaus gelaufen. Na, da ging der Wolf zum Holzhaus, Klopfte vorne an die große Tür und rief, Liebes gutes Schwein, Lass mich doch zu dir herein. Das zweite Schweinchen aber antwortete, Bin ganz allein, bin ganz allein, Ich lass dich nicht ins Haus hinein. Das war zwar ein bisschen geflunkert, Wie ihr bestimmt noch wisst, War ja sein Bruder aus dem Strohhaus zu ihm ins Holzhaus gelaufen, Als der freche Wolf Ärger machte. Ja, und der Wolf wusste das natürlich nicht Und legte wieder los, Ich werde strampeln und strampeln, Ich werde husten und prusten Und dir dein blödes Holzhaus zusammenpusten. Und der Wolf strampelte und trampelte wieder, Er hustete und pustete und pustete das ganze schöne Holzhaus zusammen. Aber er hatte wieder Pech. Die zwei kleinen Schweinchen waren längst nicht mehr da, Durch die kleine Tür hinten im Haus, Die zum Garten führte, Waren sie, husch husch, Zum dritten Schweinchen ins Ziegelhaus gelaufen. Da ging der Wolf zum Ziegelhaus, Klopfte vorn an die große Tür und rief, Liebes gutes kleines Schwein, Lass mich doch zu dir herein. Das dritte Schweinchen aber antwortete, Bin ganz allein, bin ganz allein, Ich lass dich nicht ins Haus hinein. Da sagte der Wolf, Weil nichts besseres einfiel, Ich werde strampeln und strampeln, Ich werde husten und prusten Und dir dein Haus zusammenpusten. Und der Wolf strampelte und trampelte, Er hustete und prustete, Aber er konnte das Haus gar nicht zusammenpusten, Sein Steinhaus, das hält. Da wurde er schrecklich wütend und brüllte, Wart nur, gleich habe ich dich, Und machte sich daran, Durch den Kamin oben auf dem Dach ins Haus zu klettern. War auch nicht dumm. Als sie drei Schweinchen merkten, Was der Wolf im Sinne hatte, Sagte das erste Schweinchen, Ah, was sollen wir tun? Das zweite Schweinchen hatte eine Idee, Ich will ein großes Feuer im Kamin anzünden. Und das dritte Schweinchen, Ich will einen großen Topf mit Wasser in den Kamin hängen, Das taten sie dann auch. Es dauerte nicht lange, Das Feuer prasselte schon lustig vor sich hin, Und das Wasser wurde richtig schön heiß. Da hatte es der Wolf endlich geschafft. Er kam durch den Kamin herunter Und platsch plumpste er mitten ins heiße Wasser hinein. Und zack gaben die Schweinchen auch noch einen Deckel Auf den Kesseln mit dem heißen Wasser. Dann tanzten sie vor Freude um den Kamin herum Und sangen, Der Wolf ist doof, der Wolf ist doof, Ein Ende hat die große Not. Man muss nämlich wissen, Dass so ein richtiger Wolf Sich zwar ganz gerne mal in einem Waldteich Oder dem eiskalten Wasser eines Bergbachs erfrischt, Aber natürlich nur an warmen Sommertagen. Ein heißes Bad dagegen ist ihm ein rechter Graus. Außerdem hatte er sich in dem heißen Kessel Oder dem heißen Wasser des Kessels Die Pfoten verbrüht. Er sprang in Panik aus dem Kessel, Humpelte davon und ließ sich nie mehr wiedersehen. Und die Schweinchen? Das erste baute sich jetzt auch so ein tolles, Stabiles Siegelhaus. Das zweite auch. Und das dritte half ihnen dabei Und fortan lebten alle glücklich und zufrieden. Ja, so war das mit den drei Schweinchen. Das ist zumindest das, was ich herausfinden konnte. Vielleicht kennt ihr eine etwas andere Geschichte davon. Da gibt es nämlich viele, viele, viele Varianten. Viele, die aber im Grunde genommen Alle ausgleichen hinauslaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.